Die zweite Nebenniere, ne? Ja, ich weiß es nicht mehr. Das war ja bei unserer Hündin, die wurde ja... Hünder merken, dass mit unserer Hündin die Hündin zwischen 3, 4 aufgerissen ist. Und das war bei unserer Hündin auch so. Die Hündin sind wieder umgedreht, dann noch gelegt... und die Hündin ist ja auch. An der Hündin ist ja nur gegen die Hündin. Das war also von jeder Hündin. Oh, das ist eine Stadtmutter mit der ich aufgewachsen bin. Ach, das war doch cool! Mit dieser chick, was mich eigentlich... Auaah! 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 Ich denke, das ist nur noch eine Zeit. Ich glaube, das gibt es ja auch. Ich muss noch ein paar Nacht in der Wand. Ich halte es mir an. Obwohl mir das Buch war, bei uns war das auch, ging es ziemlich schnell. Und es war ganz ziemlich groß. Es ist gut. Es ist gut. Es geht nicht mehr. Ich habe nur noch ein bisschen mehr geblieben. Es ist gut. Ich bin in der Hand. Klar, man hat das nicht zu vergleichen. Ich habe immer mehr verkehrt. Das ist auch sehr, sehr knall. Ich habe immer wieder einen Weg gemacht. Ich bin in der Hand. Bei mir war das da. Bei mir war das da. Aber ich habe mich in der Zeit. Untertitelung des ZDF, 2020